Das Surf- und Segelcenter Tuzing ist eine Wassersport- und Freizeitoase direkt am Starnberger See. Vor einem wundervollen Alpenpanorama können Wasserratten unter professioneller Anleitung Windsurfen lernen und das international anerkannte VDWS-Diplom erwerben. Zur Sicherheit sowie zur optimalen Betreuung der Gruppen steht unser schuleigenes Motorboot zur Verfügung. Für die Cracks haben wir eine große Auswahl an Boards und Segeln parat. Unsere Segelflotte besteht aus klassischen Yachten, Katamaranen und reinrassigen Sportbooten. Erfahrene Segellehrer und Skipper sind immer vor Ort, um einen gelungenen Segeltritt zu ermöglichen. Speedfans können sich beim Katamaransegeln mit unserer Hobie-Kart-Flotte austoben. Einsteiger können einen Wochenendkurs machen. So haben sie in zwei Tagen ihren Kat-Schein und können auch im Urlaub überall Kat-Segeln gehen. Ob Aquabike, Stand-Up Paddling, Surfen oder Kat-Segeln – wir bieten top aktuelles Equipment mit persönlicher und kompetenter Beratung. In unserem Open-Air-Restaurant mit großzügigen Steganlagen, angrenzendem Strandbad und Blick in die Alpen sorgen wir für ihr leibliches Wohl. Zu den Sommerpartys verwandelt sich das Nordbad in einen Yachthafen mit besonders charmantem Flair. Mit Markisen und Heizstrahlern sind wir auch auf windige Tage gut vorbereitet. Partytermine senden wir Ihnen gerne per Newsletter zu. Auf www.nordbad.de können Sie alle Informationen und Schulungszeiten einsehen. Wir sind täglich von 10 bis 22 Uhr für Sie da. Wir sind bei der Untertitelung des ZDF, 2020